So, nachdem wir jetzt endlich Speicherplatz haben und wieder normal aufnehmen können, ist alles gut. So, wie viele Goblins haben wir denn hier? Dass die Schüsse auch wirklich so nach unten gehen. Das ist nice. So, warte mal. Wir haben... Rotated Spin. Davon konnte ich jetzt sehr viel sehen. Okay. Habe ich gerade eigentlich Schüsse? Autsch! Verdammte Gargoyle. Nein, kein Element. Shoot. Die kickt doch eigentlich nur. Schon wieder ein Level ab. Okay. So, was haben wir noch? Ist das gerade wirklich nur ein Dash oder macht das Schaden? Ich sehe gerade nicht, ob ich Schaden mache damit oder nicht. Nein, mache ich nicht. Aber ich sage schon nach vorne. Warum auch immer ich nach vorne dashen sollen und wollen würde. Okay, ich bin eine tiefer. Oh no! Habe ich Schlüssel eingekauft? Ich glaube, ich habe keine Schlüssel eingekauft, oder? Habe ich Schlüssel eingekauft? Bitte sag mir, dass ich Schlüssel eingekauft habe. Bitte. Oh! Ich habe Schlüssel eingekauft. So, wo lande ich damit? Wo lande ich damit? Ich könnte mich auch einfach runterfallen lassen, aber... Oh. Fangen wir nochmal von oben an, am besten. Wir wissen ja jetzt, dass wir runterfallen können. Ich habe immer noch keine Millionen, ich brauche immer noch... Brauche ich 100? Ich glaube, ich brauche immer noch 100 Millionen. Ah, das ist so viel Geld, was man braucht. Ich hoffe, irgendwann gibt es ein Farm-Dungeon. Ah... Einfach nur, Kanzler. Mal gucken, ob wir in, äh... Äh... Ich sag schon... Ähm... Bei Tamsoft jetzt selbst Waffen irgendwie schmieden können. So, hier bin ich runtergefallen, oder? Ach, komm, lass mich doch durch. Du kannst mich ruhig weiterignorieren, finde ich toll. Und jetzt im Ernst, warum ignorierst du mich? Bin ich etwa völlig non-existent? So, jetzt können wir hier weiter erkunden. Hier ist auch irgendwie was. Weil meine Elementschüsse sind etwas, äh... Schwach, würde ich mal behaupten. Der Wurm kann sich bewegen. Habe ich den da vorne auch eben nicht getroffen, oder was war los? Wie du mich immer noch triffst. Obwohl ich ausweiche. Hm. Das sah gerade ein bisschen interessant aus. So, hier unten ist keine Tru... Wait a second, war ich hier nicht? Wait a second, erstmal oben erkunden, bevor wir wieder weiter runtergehen. Ah, habe ich noch einen Schlüssel? Ich hätte eben einen Schlüssel kaufen können. Super Power Gem, ja dann. Ich glaube, ich habe Schlüssel auf Reserve gekauft, bin mir da aber nicht so sicher. So. Wait a second. Achso, wir sind nicht da, wo wir vorhin waren. Alles gut. Ich dachte gerade, wir wären da, wo ich dachte... Äh, bei den anderen Dogos sind stattdessen oben irgendwo. Wo ich dachte, hä, wo kommt man hier denn lang? Aber... Das ist es nicht. Das ist genau da. Genau hier. Nein, oder? Wie auch immer. Weiter geht's. Den regulären Weg. Gehen wir erstmal in die Sackgasse erkunden und haben da... ...fucking Dogo mit wieder 19.000 Leben. Ja, kommst du aber in diesen Korridor hier. Wäre mal nice to know. Scheint nicht so. 900 Damage. Ja, ne? Ah, so, jetzt ein Element Shut bitte. Hat nicht mehr getroffen. Och, habe ich noch eins? Ich habe noch was, Elegant Crown. Ich bekomme die ganze Zeit Accessoires, Gegenstände. Macht mir auch nichts aus, die zu bekommen. Hier ist auch nichts. Warum ist da nichts? Okay. Ab zu den ganzen kleinen Dogos. Aber ich finde es doof, dass man sich die Schlüsse kaufen muss. Wenn man eine Million Gold braucht, um die ganzen Accessoires zu bekommen. Aber ich denke, das ist das Einzige, was ich machen werde, um Geld auszugeben. Weil, da muss man die ganzen Dungeons nicht nochmal kunden und kann später die ganze Zeit irgendwo, wo man farmen kann, die Dinger benutzen. Kann es sein, dass ich hier irgendwo runtergefallen wäre? Ach, hier bin ich ja. Ich bin nicht hier hingegangen, sondern er kommt, die haben wir schon besiegt. Hier müssen wir besiegen. Autsch. Hört auf, die abzubringen, während sie angreifen. Ich will perfekt blocken. Menschen Skimmers. So. Und da sind wir zurück in die Stadt gegangen. Ja, dann wäre ich hier von oben wahrscheinlich runtergefallen. Oh, ihr habt Eisschwäche. Ich greife euch nochmal an. Mit Schüsse, die aussehen wie Feuer, aber irgendwie so Eissplitter von sich geben. Warum auch nicht? Schon wieder ein Level ab? Gibt ganz schöne Erfahrungspunkte eigentlich. Aber diesen anderen Dungeon will ich trotzdem nicht unter Level 40 nochmal machen, weil dann kann ich ihn wahrscheinlich durch... äh, durchmachen. So, jetzt haben wir Feuerschüsse, die Feuereffekte haben. Und die Gegner sterben aber schon ziemlich hart schnell, finde ich. Oh, warte mal. Nimbus 2000 und Krim this Sword. Krim this Sword, wusste ich. Aber Nimbus? Ist ja eher so offen... Ah, okay. Das ist jetzt aber nichts aus Harry Potter, oder? Eisbrand. Der Eisbrand haben wir auch sehr gerne. Aber ich glaube, dieses Eisbrand sieht dann etwas anders aus. So, wir gehen tiefer rein. Deeper. And deeper. Äh, da war ich noch in der Animation für den Elemental Shot. Hallo, anvisieren bitte. Danke. Ein Awakening ist schon overpower dabei. Scheiß mal drauf. Oh, da haben wir den Boss-Teleporter. Und hier können wir nochmal zur Stadt gehen. Bin mir jetzt nicht sicher, aber ich würde sagen, wir haben drei... äh, Kisten mit Schlüsseln gefunden. Das heißt... Wir sind schon, äh... Durch, überall erkundet. Kiss of the Goddess. Suite of Lavenda. Das ganze Waff-Dinger benutze ich ja auch nicht. Ja, Eisbrand ist, wenn du dich mit Eis verbretzt. Aber meine Schüsse sind ja... Feuer. Das ist doch alles, Nimbus! Das ist doch nicht so. Das ist doch nicht so. Das ist doch nicht so. Wir können dann Sunshine verlieben. Oder können wir uns auch nicht verlieren? Das ist doch das. Das ist eine Schüttel. Die will. Wirklich? Wirklich? Das ist doch. Das ist doch nicht so. Ich kann mich nicht verlieren. Das ist doch nicht so. Aber wenn die Schüsse ist, wenn mich nicht mehr 160 Jahren verliebt, Was? 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 Kylia and Nekohime! You've met again! Are you okay? I'll take care of you! Wait! Is that the feeling of him? I've lost HP a lot! Yes! I'm not satisfied with your sister! I'm not satisfied with him! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja, das ist... Ich habe es gesehen, dass ich nicht unbedingt einigen. Ich sage es, dass du meine Frau nicht zu tun hast. Ich sage es, dass du sie mit ihr mit dem Bösen berufst. Ich kann es nicht die Möglichkeit sein, Kiela. Ah, Kylia, wenn es so ist, dann wird es nur das letzte Mal gewonnen. Dann wird es nur was, was auch die beiden. Ah, das war's. Es ist sicherlich. Alles klar! Wir sehen uns jetzt! Shadow Mage. Ich finde es schön, dass du so high... Oh, okay. Wie hieß du noch mal in Mega-Tech-Menschen? Ich werde immer noch keine 100.000 leben. Wie soll ich denn meine 100.000 Damage klarbekommen? Und der hat aber auch schon was drauf. Fast schon so wie die harte Version von... Ihr wisst schon. Hm. Deine Leiste geht auch ziemlich langsam runter. Und du sollst meinem Elemente-Shot nicht ausweichen, Junge. Solange ich dich treffen kann, ist alles gut. Hallo. Du sollst nicht das Angesehen wegmachen. Du sollst ausweichen. Oder blocken. Ach, meine Leiste geht jetzt schon auf 4? Holy shit. Hä? Ach so, weil er zu weit weg war. Ja, ja, dann habe ich nichts gesagt. Oh, wow. Okay. Also ich muss sagen, das Angriff von dem ist komplett anders als ein Mega-Tech-Menschen. Komplett anders. Also komplett nichts, was ich gewohnt bin. Perfekt blocken ist übelst nice. Oh. Ich seien, er dreht sich plötzlich um. Dann ist es auch egal, was ich tue. Dann ist es auch egal, was ich tue. Okay. Du wolltest es nicht, nicht. Oh, wow. Also entweder greifst du mich an oder du stehst nicht bei mir und schaust auch nicht zu mir. Eins von beiden musst du machen. Weiter. Dann leiste ich schon wieder alle. So, jetzt Elemental Shot nach dem anderen. Eins. 2.300 Schaden, nochmal 2.300 Schaden, nochmal 2.300 Schaden, bis meine SP nicht mehr da sind. Oder er widersteht. Eins von beiden wird es immer sein. So, aber er war irgendwie am Anfang mehr das Problem. Warum auch immer. Okay, das war nicht in meiner Range. Oh, dann haben wir es ja gleich. Der Lasted gehört mir. Und gleich kommt ein Story-Abschnitt, wo einfach mal der Lasted genommen wird von denen. Oh, wow. Das trifft mich noch. Ich sehe es kommen. Der Lasted, der nicht mir gehört. Komm, kannst du mal aufhören, meine Schüsse auszuweichen? Bam. Bam. Und nicht bam. Nicht mein Lasted. Aber von meiner Truppe. Ich habe keine Ahnung, wie der heißt. Irgendwas mit Emden Kale oder so. Schon wieder ein Level ab. Monster Armor. Kann sein, dass das diese Dinger sind, die ich brauche, um abzugraden. Mehrmals. Moonstone Hairpin. Äh, quite a Moonstone Hairpin. Aha, wer hätte es gedacht, dass man davon eine Trophäe bekommen. Ich habe das neue Trophäe genommen. Ich habe das neue Trophäe genommen. Jetzt haben wir alle zusammen. Ich habe das erste Mal zusammen. Ich habe das 10. Und wenn man 10-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-208 kann, dann wird die nächste Redner Zahl nicht angekulernen. Ich glaube, ich glaube, es ist nicht möglich, aber ich glaube, dass es nicht möglich ist. Der neue Name ist... ...Monstone. Ich weiß nicht, was es geschrieben hat. So, so... Ja, ja, natürlich, ich kann es nicht verraten. Das war's für heute. Es ist ein bisschen schade, aber es ist ein bisschen zufrieden, was es ist ein bisschen zufrieden, was es ist ein bisschen zufrieden. Ich kann mir nicht so sagen, dass ich mich überraschend bin, um mich zu fühlen. Aber wenn ich mich nicht so verscheid, dann bin ich nicht so weit. Soll ich mich dadurch in diesem Fall geworfen, dann bin ich sicher. Ich kann mich nicht mehr mit den beiden. Ah, ja, wie du in die habe ich mit der Frau. Was ist das? Ich dachte, dass du wieder zurückkehst. Ich dachte, dass ich nicht mehr als ich mich bereitste. Ah, Buke-chan ist das hier. Es ist so, dass ihr noch eine andere Seite habt. Ihr seid alle, ihr seid hier. Das war's für mich. Ich glaube, es ist eine Frau von Frau, oder? Nein, ich habe gesagt, dass es sehr gut ist, aber es ist nicht richtig. Hä? Nein? Was haben wir noch eine große Herausforderung? Kannst du in die Welt kommen? Ich verstehe nicht. Wo ist das denn? Wo ist das? Er hat er geblieben? Entschuldigung! Das ist ein Kaukauzmi, aber es ist ein Kaukauzmi, was wir auch mit uns haben. Was ist das? Das ist ein Kaukauzmi. Das ist ein Kaukauzmi. Ja, das ist ein Kaukauzmi. Also ich glaube die Person hat wen gefunden, an denen sie Sachen verkaufen kann, die, sag ich mal, nicht so ganz legal sind. Was ist das für die Frau? Ich habe keine Zeit, dass ich mich nicht mehr so beantworteile. Ich habe mich immer noch zu sehen, dass ich mich nicht mehr so verabschiedet habe. Ich werde mich nicht mehr so verabschieden. Ich werde mich nicht so verabschieden. Ich werde mich nicht mehr so verabschieden. Okay, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich es gibt, aber ich werde mit dir fahren. H-Hime? Erstens, ich weiß nicht. Die Geschichte ist von mir. So halb mit drauf gehen, würde ich mal sagen. Oder irgendetwas passiert. Wer weiß. So, erstmal Gilde. Na, okay, ich weiß nicht, ob es direkt danach dann halt quasi... Wahrscheinlich das nächste Event gibt. Also prämen wir mal und saven und sagen bis gleich.